Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Leute, heute reden wir mal über das Update was kurz vor der Tür steht, was beim nächsten Farmwork Reset, ähm, ich glaube am 3.6. kommen soll, Leute, ähm, das ist ja noch nicht so lange hin, ich glaube das ist sowas schon diese Woche, oder? Ja, das müsste diese Woche sein, und zwar der letzte Wochentag, also nicht, ihr wisst welchen Tag ich meine, ich kenne Leute, ich bin nicht so gut im Wochentag, auf jeden Fall Leute, ist das Update ja, ähm, so, dass bei diesem Farmwork Reset danach, wenn man ein, Skelettenei in den, in Wizard geht, also, wenn man nähter geht, ein Skelettenei in Spawner rein sitzt, dass dort dann keine Wizard-Skelette mehr spawnen, Leute, ähm, meine Meinung dazu, ich finde, ist persönlich eigentlich recht gut, weil der Durchgriefergebnis wirklich die Preise jetzt schon wieder nach oben getrieben hat, und die Preise jetzt auch wieder nach oben geben werden, ich denke, wenn dieses Update da ist, dass der Beacon locker pro Stück 1,5k bis 2k, Wert sein wird, was eine deutliche Wertsteigerung ist, wenn ihr euch mal bedenkt, Leute, dass es bis vor ein paar Monaten noch bei 300 Dollar war, also von dem her, Leute, ist das schon eine heftige Steigerung, es wird jetzt für manche Spieler, ich sag mal, nichts, also richtig scheiße, zum Beispiel für Beacon-Händler, die jetzt in Massen Beacons produzieren wollten noch, ähm, und ist dann halt, ich sag mal, nicht, äh, obwohl, für wen hat das überhaupt Nachteile, für die ist es ja auch gut, weil die denn mehr Geld machen und weniger produzieren müssen, oh, im Prinzip hat es nur einen Nachteil für die Käufer, weil die jetzt im Endeffekt mehr bezahlen müssen, und wenn sich denn viele Leute beschweren und das Update doch zurückgezogen wird, Leute, ähm, also ich sag mal, das Update bleibt eine, äh, eine Woche drin, und diese, in dieser einen Woche kaufst du 20 Textbeakings, Leute, und dann, äh, wird auf einmal wieder gesagt, ne, Leute, wir machen das Update jetzt doch zurück, ja, dann ist man im Bisschen gearschert, okay, ich hoffe, ich hatte dieses kleine WeTalk-Video mal wieder dazu gefallen, wenn ja, könnt ihr gerne ein Like und ein Anbieter lassen, bis zum nächsten Mal, Tschaui!